Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Altcoin Update Video. Ja, der Wunsch war groß nach Quant. Wir haben es im Livestream schon des Öfteren immer wieder durchgesprochen. Trotzdem wollte ich jetzt nochmal ein ausführlicheres Video machen, wie wir uns jetzt positionieren könnten. Sehen wir möglicherweise im Breakout, das werden wir uns im heutigen Video anschauen. Doch bevor wir starten, lasst wie immer gerne den Video ein Like da. Abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und gerne einerseits in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinscheuen, wenn ihr Bock habt auf Updates oder Kryptosignale. Kommt da gerne rein und auch gerne die Gruppe von BingX abchecken. Link unten in der Videobeschreibung. Dort findet ab morgen dann so eine kleine Competition statt, wo ihr einen Haufen Preise gewinnen könnt. Also da gerne vorbeischauen und natürlich auch bei BingX anmelden, sonst habt ihr nicht die Chance. Link unten in der Videobeschreibung. Jetzt würde ich sagen, genug Eigenwerbung gemacht bzw. Zweitkanal gerne auch abonnieren. So, jetzt reicht es aber. Wie gesagt, wir fangen jetzt an mit Quant. Momentan traden wir hier bei 125 US-Dollar. Ihr seht, wir sind in einem deutlichen Downtrend. Daran hat sich leider immer noch nichts geändert bzw. kurzfristig in einem Downtrend. Es ist aber für Quant, wenn wir mal so ein bisschen in die Vergangenheit gucken, immer mal wieder oder immer wieder der gleiche Fall. Wir kriegen enorm Pump, kriegen dann wieder einen Dump und kriegen ein stetiges Wachstum. Das ist ziemlich genau zu beobachten bei Quant die letzten Wochen oder Monate. Und trotzdem haben wir uns hier jetzt erst einmal long positioniert. Das habe ich letzte Woche im Livestream angesprochen, dass ich hier eine gute Kaufgelegenheit ergeben könnte. Ihr seht schon hier, diese rote Box ist nicht ohne Grund da. Und zwar hat es damit zu tun, wir ziehen hier unser FIP-Level von unserem Low zu unserem High bei ungefähr 164 US-Dollar. Da seht ihr, wir sind genau im Golden Pocket gelandet. Gleichzeitig haben wir im 4-Stunden-Chart hier so eine kleine Bullish Divergence mit einem Lower Low im Chart, Higher Low im RSI gebildet. Gutes Zeichen. Wir haben uns hier, glaube ich, in dem Bereich der 125 US-Dollar Positioniert. Das heißt, der SL ist hier momentan ziemlich auf Entry bzw. unsere Position hier ziemlich auf Entry. Stop-Loss unter den 0,786er. Ich weiß, das Risk ist für meine Verhältnisse sehr, sehr hoch. Wir schauen uns das ganz kurz mal an. Von dem jetzigen Einstieg sind es 9%. Wir haben aber auch hier noch einen zweiten Einstieg. Und das ist diese blaue Zone hier unten bei den 118 US-Dollar. Ich gehe weiterhin davon aus, dass wir zumindest heute noch im Laufe des Tages oder die nächsten Tage bei Quant deutlich, deutlich bullischer werden. Das war auch der Grund, warum ich im Livestream gesagt habe bzw. auch auf dem Zweitkanal, warum wir hier eben in diesen Trade reingegangen sind und warum ich mich hier positioniert habe, weil das Golden Pocket einfach der letzte Support ist, bevor es deutlich düster werden könnte. Davon gehe ich aber, wie gesagt, jetzt momentan nicht aus. Klar, wir sind in den kleineren Timeframes in einem Downtrend. Jetzt schauen wir mal ganz kurz auf die größeren Timeframes, schauen wir mal auf den Daily-Timeframe. Und hier sieht das Ganze noch ein bisschen anders aus. Und zwar befinden wir uns hier deutlich noch in einem Uptrend. Wir haben kein Lower Low gebildet. Das sieht man hier ganz schön immer wieder. Higher Lows. Klar, wir haben kein Higher High mehr gebildet, aber scheiß drauf jetzt erst einmal. Wir sind in einem Abtrend weiterhin. Das gleiche Spiel, wer sich an Bitcoin erinnert, haben wir auch bei Bitcoin momentan. Higher Lows, aber noch kein, sag ich mal, Higher High. Und dafür bietet sich halt eben jetzt hier dieses Golden Pocket extrem, extremst an. Das Problem ist, sollte dieses brechen und auch das 0,786er, dann kann es übel werden. Und wir könnten hier unten nochmal diese grüne Box bei den 75 bis 65 US-Dollar nochmal antesten. Das war so ungefähr unser Einstieg, wo wir schon mal darüber gesprochen haben, weil ich ja damals schon gesagt habe, jo Leute, ich bin noch nicht in Quant investiert. Der Einstieg hier unten ist immer noch drin. Nur, was sich geändert hat, ich bin hier damals dann bei diesem Dump hier, glaube ich, in diesem Bereich um 100 US-Dollar eingestiegen. Das heißt, wir sind hier leicht im Plus. Viele warten aber trotzdem noch auf diesen riesen Dump bei Quant. Und ich kann mir weiterhin vorstellen, und das würde ich auch momentan nach jetzigem Stand noch nicht ausschließen, dass wir eben in diesem Bereich zwischen 75 und 65 US-Dollar kommen. Trotzdem, wie gesagt, wollte ich einfach mich hier schon mal positionieren. Das war der Grund, warum ich dann bei 100 US-Dollar eingestiegen bin. Hat es eigentlich perfekt abgeholt. Also wir hatten hier keinen schlechten Einstieg. Trotzdem, wir haben hier unten noch so ein riesiges Gap, beziehungsweise so ein riesiges Void. Und das könnte auf lange Sicht nochmal interessant werden, weil wir immer noch in einem Bärenmarkt sind. So, jetzt ziehen wir auch hier mal ganz kurz Fit-Level. Da seht ihr auch, okay, wir haben hier überhaupt keine Konfluenz in diesem Bereich. Trotzdem ist es, wie gesagt, sehr, sehr gut möglich, dass wir eben uns diesen Bereich bei den 75 US-Dollar nochmal holen. Das ist aber, wie gesagt, die langfrist. Ich würde jetzt nicht meinen Arsch hier drauf verwetten, dass wir hier eben diesen Bereich nochmal testen. Das würde dann erst interessant werden, sobald wir hier wirklich ein Lower Low haben. Das heißt, ein Daily Close unter 100 US-Dollar wäre extrem, extrem bearish. Und erst dann gehe ich hier von den 75 US-Dollar aus. Vorher müssen wir uns keine Gedanken machen. Ich bin jetzt, wie gesagt, erst einmal long in diesen Bereich gegangen. Einfach aufgrund des Golden Pockets, einfach aufgrund der Struktur, einfach aufgrund RSI-Korrektur, bla bla bla. Wir haben hier echt eine Menge, sag ich mal, Support, was hier einfach reinfliegt. Wichtig wäre jetzt einfach, dass wir eben die nächsten Tage jetzt wirklich mal so eine kleine Abtrendstruktur reinkriegen und uns hier langsam aus diesem Downtrend im Endeffekt, sag ich mal, rausbefördern. Und dann wäre das erste Ziel hier oben bei den 137 US-Dollar. Auch hier nochmal der Blick auf die kleineren Timeframes, warum eben hier oben dieses Ziel ist. Einerseits wegen den Supply-Zonen, andererseits können wir uns jetzt auch nochmal ganz kurz ein FIP-Level dazulegen. Von eben Korrekturpotenzial bis zu unserem Low. Und da seht ihr auch, okay, genau an dieser Box hier oben bei den 137 liegt dann das Golden Pocket dieser kleineren Abwärtsbewegung. Also das heißt, wir haben momentan Entry mit einem Stop-Loss unter dem 0786 bei 110 US-Dollar oder 114, was ich gerade gesagt habe. Und einen Take-Profit spätestens bei den 137 US-Dollar aufgrund Golden Pocket, aufgrund Supply-Zonen, aufgrund was weiß ich, was da oben noch alles reinkommt. Aber ihr seht, die Konfluenz hier oben ist da. Gut, so viel würde ich sagen, war es jetzt erstmal zu Quant. Wie gesagt, längerfristige Kaufzonen bleiben hier unten bei den 75 US-Dollar. Ich schreibe es nicht ab. Kurzfristig wird es interessant, ob wir endlich mal den Downtrend durchbrechen können. Gut, Freunde, dann war es das von meiner Seite für heute erst einmal. Checkt gerne das Bitcoin-Update-Video von heute Morgen noch ab. Und ja, ansonsten Like da lassen, Abo da lassen, Zweitkanal abonnieren und gerne in die Telegram-Gruppe joinen. Link unten alles in der Videobeschreibung. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay crypto.